es gibt noch was zu futtern und zwar diesmal gibt es was im kartonchen auf die nudel sozusagen und zwar haben wir bandnudeln beim bandnudeln man darf das brechtlich zeigen vom markenhersteller 500 kam schwäbische bandnudeln handgewalzt mit fünf frischen bio eiern und 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 also richtig schöne ware gibt es als normale gibt es als gourmet spinat oder als steinpilz wir packen einfach in den karton und holen raus das heißt wir nehmen erst mal zwei päckchen nudeln unten rein da sind wir bei 3 euro 150 kosten die draußen wenn sie nicht in der wahrung sind das heißt wir haben vier pakete sind wir schon bei sechs euro nudeln da machen wir pasta soße dazu käse sahne soße in frischen gläser das hört man eine schöne käse sahne soße was kostet was draußen in euro zwölf gläser packen wir rein ja das heißt zwölf gläser 12 euro plus sechs bist du bei 18 euro schon mal der ganze deal kostet ja nur 15 da hast du ja schon mal geld gespart also die packen wir dann mit rein zwölf gläschen nudelsoße käse sahne ist glaube ich schon wieder man kann man schicken rein machen man kann sich die verfeinern ja ja man kann das machen wie man mag jeder wie er bock hat man kann auch mehr käse rein machen kampagne wie er bock hat ja nudeln für fleisch du kannst es ja nehmen wofür du willst wir packen hier vier päckchen nudeln dabei damit ja wenn das kocht und du schon so hungrig bist geben wir dir noch mal china nudeln dabei china nudeln gibt es immer zehn päckchen die sind innen drin auch noch mal einzeln eingepackt dass man das mal sieht das sind fünf pack fünf pack beef drei minuten heiß wasser kennst du so wie fünf minuten da gibt es aber zwei päckchen dazu die kosten zwei euro noch mal vier euro die packen hier noch dabei dann ist die kiste auch schön voll vier euro noch mal da 2 18 22 22 22 euro 20 15 und dann gibt es noch als versandkosten schmerz linderungs beitrag unserer weltbekannter schokoladzki dazu und zwar richtig gute vom discounter guck mal fair trade vegan bio den ganzen quatsch von der schokolade ganz normale voll mit schokolade diese halber bis mindestens eben was ist das 28 8 also lange lange hin das ist auch immer ewig halber also 17 11 22 also alles lange 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 ich weiß gar nicht lange die nun hat was sind aber lange genug wahrscheinlich wird ja immer gefragt wie lange ist das halt war so lange bis ich mitgefressen habe muss ja aber das alles noch lange halb war muss ja in einem datum stehen hast du eine ahnung hier schau mal 14 10 23 also lange 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 genug um alles wegzufuttert das gibt es denn sonst das ist nachtisch sozusagen ja 1 2 3 4 5 5 euro 22 5 sind 27 euro ja bist du bei 27 euro normaler verkaufspreis ja und wenn es 25 sind du zahlst 15 ja das sind zehn euro weniger wenn man nieder all die rebe netto egal wo du hingehst und sag mal er gibt mal 30 oder 35 prozent rabatt heute die geben dir ganz genau ich sagte was die dir geben fingern pro mexiko also alles zusammen 15 euro unser nudel oder wenn man nur die nudelsoßen die nudel spagetti soßen die wie auch immer oben und hinten vorne klicken 100 mal auf die nudel tschö tschö